Hier ist Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt die Uta-Rin Fleisch im Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, da Taiwan eine Insel ist, ist es nicht verwunderlich, dass Seefrüchte in der hiesigen Küche eine wichtige Rolle spielen. Eine Statistik der Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zeigt, dass Taiwan unter den Ländern, die am meisten Seefrüchte essen, den vierten Rang einnimmt. Einer Statistik eines taiwanischen Supermarkts wiederum zur Folge sind unter den Seefrüchten Garnelen am beliebtesten, gefolgt von Fisch und Tintenfisch. Garnelen sind beliebt, aber auch gefürchtet, weil sie angeblich sehr viel Cholesterin enthalten. Garnelen sind an sich fettarm und enthalten mehr Proteine als Fisch, Eier und Milch. Darüber hinaus enthalten sie viele Vitamine des B-Komplexes, Eisen, Calcium, Tryptophan, das eine beruhigende Wirkung auf das Gemüt haben soll, und Taurin, das den Cholesterinspiegel senkt und damit eigentlich die Herzkranzgefäße schützt. Nach Empfehlungen von Ernährungswissenschaftlern kann man pro Tag etwa 30 Gramm Garnelen essen. Warum haben Garnelen also den Ruf, reich an Cholesterin zu sein? Nun, das liegt an ihrem Kopf, der alles Mögliche enthält, wie zum Beispiel die inneren Organe und die Geschlechtsorgane der Garnelen, sowie Cholesterin. Für all diejenigen, die gerne den Kopf essen, und dazu gehören wohl die meisten Taiwaner, heißt es tatsächlich, vorsichtig zu sein. Manche Leute reagieren auf Garnelen allergisch. Das kann damit zu tun haben, dass sie Garnelen gegessen haben, die nicht wirklich frisch waren oder die unter Einsatz von Arzneimitteln gezüchtet wurden. Wer schwache Abwehrkräfte oder eine allergische Konstitution hat, sollte beim Genuss von Garnelen auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Dazu gehört es, Garnelen aus giftfreier Aufzucht zu kaufen. Um eine giftfreie Aufzucht zu gewährleisten, müssen die Züchter zunächst gesunde Garnelensämlinge aus lizenzierten Betrieben kaufen. Bei der Aufzucht müssen die Wassertemperatur und das Futter ständig kontrolliert werden. Es versteht sich, dass keine Arzneimittel eingesetzt werden dürfen und man muss auch darauf achten, dass die Umgebung der Zuchteiche nicht verunreinigt wird. Im deutschen Binnenland wird sich Ihnen seltener die Frage stellen, ob Sie lebende oder tiefgefrorene Garnelen kaufen sollten. Auf jeden Fall lässt sich sagen, falls für das Schnellgefrieren eine gute Anlage verwendet wird und auch während des Transports und der Lagerung die jeweilige richtige Temperatur eingehalten wird, dann ist die Qualität gefrorener Garnelen fast so gut wie die lebender, denn Garnelen sind sehr sensible Kreaturen. Selbst bei kleinen Verletzungen am Körper beginnen sich sofort Bacillen stark zu vermehren. Es kommt auch oft vor, dass die Verkäufer, um die Garnelen frisch und lebendig aussehen zu lassen, diese mit Arzneimitteln behandeln. Will man aber lebende Garnelen kaufen, sollte man zunächst nachsehen, ob ihre Fühler noch ganz sind. Dann kontrolliert man, ob die Verbindung zwischen Kopf und Körper noch unbeschädigt ist. Weiter kann man eine Geruchsprobe machen. Sie sollten keinen komischen Geruch haben und testen, ob sie elastisch sind. Sollten sie sich schleimig anfühlen, dann lassen sie lieber die Finger davon. Vor allem Garnelen, die mit Natriumperoxid behandelt wurden, sehen zwar aus wie lebende Garnelen, denn ihre Füße und Fühler zucken, doch sie machen keine richtigen hüpfenden Bewegungen. Mit so behandelten Garnelen nehmen sie auch viele Schwermetalle mit auf. Garnelen sollten der Sicherheitshalber am Ende ihres Einkaufes stehen und sie sollten einen Gefrierbeutel mit Kühlaggregat dabei haben, um sicherzustellen, dass sie beim Transport nicht an Frische verlieren. So gehen wir nun davon aus, dass sie ihre sorgfältig ausgewählten Garnelen sicher nach Hause gebracht haben. Da heißt es nun, sie vor der Zubereitung auch richtig zu behandeln. Sollten sie tiefgefrorene Garnelen gekauft haben, dann sollten diese nicht langsam im Kühlschrank aufgetaut werden, sondern möglichst schnell unter fließendem Wasser. Sie können die Garnelen auch mit Salz einreiben, um alles Schleimige abzuwaschen. Sollten sie die Garnelen nicht im Ganzen kochen, dann nehmen sie zunächst den Kopf ab, entfernen dann die Füße und schälen den Körper von vorne nach hinten. Dann machen sie mit einem scharfen Messer auf dem Rücken einen Einschnitt und ziehen den Darm heraus. Werden die Garnelen als Ganzes zubereitet, sollten sie aber dennoch die Füße abschneiden und am Rücken den Einschnitt machen, um den Darm herauszuziehen. Damit kann eventuell schon vermieden werden, dass sie allergische Reaktionen bekommen. Als erstes machen wir heute gebackene Eier, also quasi ein Omelette mit Garnelen. Als Zutaten benötigen sie 200 Gramm ausgelöste Garnelen, vier Eier, zwei Teelöffel Salz und sechs Esslöffel Öl. Die Garnelen waschen, wie gesagt am Rücken aufschneiden und den Darm herausnehmen. Etwas Salz in die Garnelen einreiben und zehn Minuten stehen lassen. Dann für eine Minute in kochendes Wasser geben. Herausnehmen und sofort in kaltes Wasser geben. Wieder herausnehmen und abtropfen lassen. Die Eier verkleppern, wobei man sie nicht zu stark schlagen muss. Es soll nur so sein, dass das Eiweiß nicht mehr sichtbar ist. Etwas Salz darunter schlagen. Den Wok auf hoher Flamme erhitzen. Dann sechs Esslöffel Öl hineingeben. Wenn das Öl heiß ist, den Wok etwas bewegen, sodass er ganz von einer Ölschicht bedeckt ist. Dann die Eiermasse vorsichtig ins Öl gleiten lassen. Auf mittlere bis kleine Flamme zurückschalten. Zu diesem Zeitpunkt darf man den Wok und die Eiermasse nicht bewegen. Nur mit Stäbchen die Blasen, die eventuell am Rand des Eierkuchens entstehen, vorsichtig aufstechen. Die bloschierten Garnelen gleichmäßig auf der Eiermasse verteilen. Dann den Eierkuchen vorsichtig mit der Spachtel bewegen, damit er nicht am Boden anbrennt oder anklebt. Nach etwa drei bis vier Minuten ist die Eiermasse am Rand fast gar, in der Mitte aber noch leicht flüssig. Den Wok schräg nach außen halten, das heißt der Wok ist in der Nähe des eigenen Körpers etwas höher, vom Körper entfernt etwas tiefer. Mit einer schnellen Bewegung den Wok zum Körper zurückziehen und damit den Eierkuchen wenden. Noch drei Minuten weiter braten, dann auf eine Platte gleiten lassen und servieren. Als nächstes machen wir ein Gericht, das schön und festlich aussieht, obwohl es eigentlich der Resteverwertung dienen soll. Wenn Sie Bok Choy Braten schneiden nämlich viele Taiwaner das untere, etwas festere Ende ab. Ich tue das gewöhnlich nicht, habe es aber eigens für dieses Gericht gemacht, wofür ich auch besonders große Bok Choy Stauden eingekauft habe. Als Zutaten benötigen Sie 200 Gramm untere, also die weißen Teile von Bok Choy, 15 ausgelöste Garnelen, eine rote Peperoni, eine zehe Knoblauch, 10 Gramm Sodapulver, etwas Kartoffelmehl, um die Garnelen darin zu wälzen, einen Esslöffel feuchtes Kartoffelmehl und je eine Prise Salz und weißen Pfeffer. In einem Topf Wasser erhitzen und das Sodapulver hineingeben. Wenn dieses sich ganz aufgelöst hat, die Bok Choy Köpfe hineingeben und garen. Herausnehmen, abtopfen lassen und auf einem Teller anrichten. Kartoffelmehl mit dem Salz und Pfeffer vermischen und die sauberen Garnelen darin wälzen. Entweder frittieren oder in der Pfanne garbraten. Die Peperoni und den Kloblauch jeweils klein hacken. Den Wok und darin etwas Öl erhitzen und die beiden Gewürze darin duftend anbraten. Dann mit 360 Milliliter Wasser aufgießen. Ich habe etwas weniger genommen. Etwas salzen und zum Kochen bringen. Nun die Garnelen hineingeben und mit dem feuchten Kartoffelmehl andicken. Diese Soße über die Bok Choy Köpfe gießen und servieren. Das Sodapulver sorgt hier dafür, dass die Bok Choy Köpfe eine schöne hellgrüne Farbe annehmen. In Kombination mit den orange-rosa Garnelen sieht das also sehr hübsch aus. Das war's für heute aus dem Programm Teil Kulinarisches Taiwan. Viel Spaß beim Nachkochen. Auf Wiederhören. Ein Mikrofon war Uta Rindfleisch.